Hallo meine Lieben, willkommen beim Deutschlandkorea. In den nächsten beiden Videos möchte ich mich mit der Steuerlast beschäftigen, die auf euch zukommt. Sollten die SPD und die Grünen in die nächste Regierung kommen. Wir beginnen mit der SPD. Vorab sei gesagt, dass überhaupt auch nur irgendeine Partei auf die Idee kommt, die Steuern, egal welcher Art erhöhen zu wollen, ist eine Unverschämtheit sondergleichen. Es ist inzwischen auch schon beim uninformiertesten Menschen angekommen, dass wir zwischen einem halben und einem dreiviertel Jahr ausschließlich für den Staat arbeiten. Und das kann es doch nun wirklich nicht sein. Deswegen dürfte es nicht heißen Steuererhöhung, sondern Steuersenkung. Und davon ist bei der SPD und auch bei den Grünen überhaupt nichts zu sehen. Kommen wir zur Einkommenssteuer. Da möchte Olaf Scholz die Gutverdiener höher besteuern. Wobei gut verdient ist hier auch relativ. Menschen mit geringem Einkommen sollen dagegen entlastet werden. Aber das ist auch nur eine Mogelpackung. Das Forschungsinstitut IW hat berechnet, ein Geringverdiener, also der ungefähr 25.000 Euro brutto im Jahr verdient, der wird dank der großen Entlastung der SPD nur schlappe 64 Euro sparen. Nein, nicht am Tag, nicht in der Woche, nicht im Monat, im Jahr. 64 Euro im Jahr. Eine alleinerziehende Mutter, die beispielsweise 50.000 Euro im Jahr verdient, spart auch nur schlappe 113 Euro. Ein Single dagegen, einer mit einem sehr hohen Einkommen, zumindest laut Bild, sprechen wir von 150.000, der wiederum muss 1.440 Euro im Jahr mehr bezahlen. Also ihr versteht das Konzept. Es wird so getan, als gäbe es eine Entlastung. Diese Entlastung ist lächerlich. In Wahrheit gibt es auch hier bei der Einkommensteuer nur wieder mehr Steuerhöhungen. Kommen wir zum Spitzensteuersatz. Den möchte Olaf Scholz auf 45% steigen lassen. Momentan steht er auf 42%, was natürlich auch schon viel zu hoch ist. Einkommen ab 250.000 Euro, bei Paaren 500.000 Euro, sollen zusätzlich 3% reichen Steuer zahlen. Wozu, warum? Die Reichen, die Besserverdiener sind doch diejenigen, die die ganze Schose hier in Deutschland überhaupt noch am Laufen halten. Ich glaube, wir haben einen Prozentsatz, lasst mich lügen, von, keine Ahnung, 18% oder so, die wirklich noch Netto-Steuerzahler sind, die dafür sorgen, dass es uns im Land noch gut geht. Den Solidaritätszuschlag möchte Olaf Scholz angeblich abschaffen, allerdings nicht für sogenannte Spitzenverdiener. Die sollen ihn weiterzahlen müssen. Auch hier die Frage, warum, wozu. Wenn wir die Gutverdienenden immer mehr besteuern, dann ist das nichts weiter als eine Umverteilung. Am Ende werden keineswegs alle reich sein. Nein, am Ende werden alle arm sein bei so einer Steuerpolitik. Dazu kommt, dass immer mehr Menschen, die in Deutschland gutes Geld verdienen, sich verabschieden in Länder, wo sie ein wenig gerechter behandelt werden. Kommen wir zur Vermögensteuer. Die gab es ja in den letzten Jahren gar nicht, aber Olaf Scholz möchte sie wieder einführen. Wer mehr als ein Vermögen von 2 Millionen Euro hat, soll pauschal mit einem Prozent im Jahr besteuert werden. Und hier auch nochmal, wozu. Das ist Geld, was bereits versteuert wurde. Wie kommt der Staat dazu, es nun nochmal versteuern zu wollen? Kommen wir zur Erbschaftssteuer. Eine Steuer, die an Ungerechtigkeit kaum zu überbieten ist. Auch da möchte Scholz ran. Er will zum Beispiel Unternehmenserben stärker zur Kasse bitten. Auch die Erbschaftssteuer lebt davon, Geld von den Menschen zu rauben. Man muss es so klar benennen, dass bereits versteuert wurde. Da gibt es Menschen, die können ihr eigenes Haus, ihr eigenes geerbtes Haus nicht halten. Sie müssen es verkaufen, weil sie sich die Erbschaftssteuer nicht leisten können. All das ist ja nur einer von ganz, ganz vielen Gründen, die sogenannten Sozialdemokraten und den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz nicht zu wählen. Ihr wisst es höchstwahrscheinlich sowieso. Aber ihr könnt ja in eurem Freundes- und Bekanntenkreis auch noch so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Und morgen geht es dann mit den Steuerplänen der Grünen weiter. Spoiler, die sind noch schlimmer. Haut rein, macht weiter und bis später.